Hallo, ich bin der Matthias Oerli, wir sind hier im Heimberg, das ist unser 12-Familien-Haus. Ich habe ursprünglich mal Maschinenmechaniker gelernt und jetzt schaffe ich in der IT-Branche. Ich bin da auf ein interessantes Produkt gestossen, mit dem man Heizöl sparen kann, oder Benzin und Diesel. Dann wollte ich das mal ausprobieren, weil wir hier ziemlich hohe Heizkosten haben. Wir haben im Jahr 2010 bereits alle Fenster ersetzt durch Dreifachverglasung. Damit haben wir bereits etwa 13% Heizkosten gespart. Also, gutes Ergebnis. Und dann dachte ich mir, das lässt sich noch optimieren, durch dieses Produkt, das ich kennengelernt habe. Und dann bauten wir das dort ein, an der Ölzuleitung zur Heizung. Und jetzt haben wir über ein Jahr Erfahrungswert gesammelt und der ist wirklich sensationell gut. Also, wir haben jetzt 20% noch zusätzlich eingespart. Und das ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Also, ich würde euch jetzt ganz gerne die Heizung mal zeigen, damit ihr sehen könnt, wie das alles so aussieht. Die Installation ist wirklich ganz, ganz eine einfache Sache. Ja, das ist eben unsere Heizung. Das ist ein ziemlich grosses Gerät. Wie viel KW hat die Heizung? Die hat ja so rund 19 Kilo vielleicht. Also, ja, ich habe die Werte vom Heizungsverantwortlichen liegen mir hier alle vor. Und die habe ich schön zusammengetragen in einer Tabelle. Das kann jeder, der will, kann das nachprüfen. Das ist da, das ist schön anschaulich auf dieser Seite hier hinterlegt. Da kann jeder sich ein Bild davon machen. Und man kann sich auch direkt an mich wenden. Ich biete das Produkt hier in der Region Thun an. Also, jeder, der interessiert ist, kann das über mich bestellen. Und ich erkläre das gerne. Also, die Wirkung ist wirklich sehr überzeugend. Also, die Wirkung ist wirklich sehr überzeugend.